Hallo Leute, willkommen bei Folge 43 von A New Beginning. Wir müssen diesen Wachmann hier besoffen machen, betonten machen. Und er hat uns gesagt, er hat kein Bier und ich sehe gerade, dass die Bierflasche noch zu ist. Wollen Sie die Flaschen nicht öffnen? Gleich. Ich muss nachdenken. Alles zu seiner Zeit. Dann öffnen wir die Flasche für ihn. Soll ich Ihnen ein Bier öffnen? Oh Monsieur, sehr gerne. Nehmen Sie ruhig den Flaschenöffner an meinem Schlüsselbund. Ein Schlüsselbund mit Flaschenöffner. Das spricht Bände. Genau. Der ist gut im Training. Hat er ja schon letzte Folge gesagt. Entschuldigung. Was liegt an, Meister? Sorry. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Schlüssel nehmen. Darf ich? Bitte Monsieur. Aber zurücklegen nicht vergessen. Nein, natürlich nicht. Bootsschlüssel mit Bierflasche. Okay. Jetzt schauen wir mal, ob er es merkt. Entschuldigung. Was liegt an, Meister? Sie sind immer noch nicht betrunken? Sie sind immer noch nicht betrunken? Das jahrelange Training zahlt sich aus. Lars müsste schon mehrfach in Folge richtig raten, um mich unter den Tisch zu kriegen. Ich lag schon mal richtig. Nicht oft genug. Hm, Lars, der eigentlich unser Sohn Duwe ist. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Er ist wirklich ein ziemliches Abziehbild von seinem Vater, muss man sagen. Und das gefällt ihm wohl gar nicht. Man redet auch mal mit Duwe. Monsieur, mein Schlüssel. Äh, ja. Verzeihung. Sorry. Leg ihn einfach wieder auf den Tisch. Okay. So, jetzt schauen wir uns Duwe an. In unserem letzten gemeinsamen Urlaub waren wir auch in Brasilien. Daran wird er sich aber nicht mehr erinnern. Er war ja fast noch ein Baby. Sprechen, Mann. Guck mal, Ben. Ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk. Und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, ähm, nicht hier, um Dich anzumotzen. Sondern? Ähm, ich wollte mich entschuldigen. Es, ähm, Duwe, es tut mir leid. Ich, ähm, war kein sehr guter Vater. Und, ähm, ich hab Riesenmist gebaut. Naja. Dann trinkt mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben, lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich hab den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Duwe. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Das war jetzt ein nettes Gespräch. Die zwei kommen sich schon wieder näher. Oggi ansehen. Er ist betrunken. Ich frage mich, ob ihn das irgendwie anders macht als sonst. Ähm, ihr spielt ein Trinkspiel? Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch. Wir helfen. Guck. Benicio zieht eine Karte und wir raten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken? Klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Wie läuft der Plan? Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blut, da, Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber uns fehlt eine richtig gute Strategie. Besser ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. In dem Zustand kommst du nicht weit. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzähl mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betränke. Hm, sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Storys aus. Wieso überrascht mich das nicht? Ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Dann wird schon mal aus einer ollen Oma, einer heißen Blondine oder aus einem Mönchen. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Hm, clever und smart. Ah, kannst du mir Geld leihen? Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist erwischt. Ja, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Ich tue mir das nicht länger an. Ich tue mir das nicht länger an. Okay, jetzt haben wir auch noch Geld gekriegt. Geld, Mönchen. Okay. Wir müssen also jetzt hier irgendwie... Auf dem Tisch ist da außer Karten sonst noch irgendwas. Offene Bierflasche. Nee, wohl nicht. Okay. Also ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten, aber das ist jetzt nicht das Boot hier, oder? Das hatten wir das letzte Mal schon gesehen. Bleib doch mal stehen, Bent. Nee, das ist es nicht. Da ist die Faye. Okay. Langsam gewöhne ich mich an Sie. Hm, nett. Faye? Hm? Was soll ich nochmal machen? Was soll ich nochmal machen? Finde einen Weg zum Kraftwerk. Mit dem Jeep kommen wir nicht weiter. Gut. Ich hole dich dann, wenn alles bereit ist. Okay. Wie geht es deinem Husten? Wie geht es deinem Husten? Besser. Es kommt auch kein Blut mehr. Wenn wir die Alge gerettet haben, musst du unbedingt ins Krankenhaus. Ja, ja. Ja, ja. Bis später. Okay. Dann schauen wir uns nochmal hier um. Also hier ging es ja nirgendwo weiter. Da ist der Jeep. Mit dem kommen wir ja nicht weiter. Können wir hier bei Simon noch irgendwas? Also dieses Loch ist ein... Da ist es. Ist sehr interessant. Vielleicht können wir damit ein bisschen beim Kartenspielen mogeln. Aber... Was ist denn da? Oh. Windruder. Weg von dem Kutter. Sie haben da nichts verloren. Oh, oh. Ein Sumpfboot. Das könnte unser Ticket zum Kraftwerk sein. Okay, der will das aber schild. Hier steht der Bootstyp. Amazon Buggy C600. Ein Buggy von Amazon. Mhm. Wache. Red mal doch mal mit der Wache. Der Anblick gefällt mir nicht. Hm. Entschuldigen Sie. Ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Das ist wohl, ähm, Horchen, nehme ich mal an. Buch. Das ist die Gebrauchsanweisung für das Sumpfboot. Unter dem Titel steht eine Service-Nummer. Ich merke sie mir mal. Nur für den Fall. Finger weg. Schon gut, schon gut. Ist ja gut, ist ja gut. Gut, dann müssen wir mal gucken. Dann, ähm, hier war noch was. Und zwar, das Schild ist auch heftig. Und zwar war da noch ein Stecker. Und, ist da irgendwo das Loch? Schraube. Hier eine Schraube auch noch. Halt. Schraube. Stecker. Keine Ahnung, was dran hängt. So. Pik, Karo oder Kreuz. Es ist wieder noch. Ich sage Herz. Falsch. Du trinkst. Okay. Schraube. Sie befestigt etwas auf der anderen Seite. Es ist Herz. Falsch. Du trinkst. Ach, jetzt komme ich langsam, aber sicher mit. Und zwar, das steckt das Herz, die Doppelherzen ein und aus. Und damit können wir unseren Kumpels hier Signale geben. Herzhammer. Das ist Kreuz. Spiegel. Nein, bleib mal hier, Bint. Bleib mal hier. Wie können wir denn, ah, wie können wir ihm denn hier, Loch? Da ist ein Loch in der Wand. Gut, durchsehen. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann, das ist Pik. So, Pik. Jetzt müssen wir natürlich hier irgendwie Stecker benutzen. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es Kreuz? Falsch. Du trinkst. Okay, also dieses Stecker hier ist Kreuz. Es ist Kreuz. Falsch. Du trinkst. Das ist Herz. Nochmal einen Stecker benutzen. Wie sieht's aus? Was versteckt sich in meiner Hand? Ist es vielleicht Herz? Falsch. Du trinkst. Da ist noch ein Stecker. Warte mal. Also ich geh jetzt mal nebenan. Wie? Hm. Mhm. Da ist noch ein Stecker. Das Kabel führt durch die Wand. Keine Ahnung wohin. Mal ausstecken. Und? Welche Farbe halte ich hoch? Ähm. Hat es irgendetwas mit Spiegeln zu tun? Hahaha. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Du trinkst. Hm. Warte mal. Der Spiegel ist jetzt aus. Kann ich denn in den Spiegel irgendwas tun, was so aussieht? Blechschild. Mal ansehen. Ein rostiges, weiches Blech mit zwei Löchern an den Enden. Das ist Werbung für Casillero del Indes. Brasilianischer Qualitätswein mit spanischem Namen und teuflischem Besitzer. Ich kann das Blechschild... Es lässt sich sehr leicht biegen, aber nicht gut fixieren. Hm. Irgendetwas sagt mir, dass ich in die richtige Richtung denke. Nur der Weg ist falsch. Kann ich das Schild hier an den Spiegel hintackern? Gali Matthias. Was ist denn bitte Gali Matthias? Also ich muss hier irgendwelche Signale erschaffen, damit die hier besser raten können. Aber wie soll ich das machen? Nein. Kann ich da was machen? Das ist doch Unsinn. Den Spiegel nehmen kann ich aber nicht. Ah, Werkzeugkasten, den habe ich auch noch nicht angesehen. Er trägt sich, wie leichter als er aussieht. Schade. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Das war's. Na prima. Na, klasse. Schraube. Da ist eine Antenne. Hm. Das wird spannend. Hm. Irgendwie. Das neue Telefon, das habe ich noch nicht benutzt. Darf ich das Telefon benutzen? Klar. Wenn Sie mir das passende Kleingeld geben. Hm. Auch habe ich ja. Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Hm. So kann man es ja auch mal machen, ne? Immer abzocken die Leute. Ich hasse Hotlines. Aber was soll's. Okay. Ich rufe eine Hotline an. Welche Hotline denn? Transportboots and Manufacturing Inc. Ah. Ich brauche dringend ein Boot. Ich sind Ihre Boote umweltschonend. Ich muss mich verweht haben. Ich brauche dringend ein Boot. Nur ein Boot? Normalerweise nehmen wir nur Großaufträge entgegen. Wohin bräuchten Sie es denn? In den brasilianischen Dschungel. In die Nähe des Indes-Kraftwerks. In den brasilianischen Dschungel. Ja. Können Sie sofort liefern? Ohohohoho. Aufgelegt. Okay. Hätte ich auch gemacht. Ja, ich auch. Mit denen mussten wir nachher wohl noch was telefonieren. Okay. Gut. Ja, also so richtig. Also wir haben viel geredet. Kommunikation gemacht in diesem Part. Aber weitergekommen sind wir noch nicht so richtig. Ich würde sagen, wir schauen mal, wie wir mit unserer Schummelei in der nächsten Folge so weitermachen können. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.